Ich habe zwangsläufig in Deutschland in den nächsten Jahren mit anderen Leuten dann nachher in der Fertigung, Produktion und Lager zu tun und die dann Systemes bestmöglich zu unterstützen und von der jüngeren Generation wird es halt auch vorausgesetzt. Ich kann die Pizza digital bestellen, aber hier muss ich alles auf dem Ballpapier draufschreiben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Wir schauen uns heute ein sehr spannendes Thema an, nämlich die auftragsspezifische Vorkommissionierung und auch die Zwischenlagerung von Waren, Rohmaterialien, vorgefertigten Teilen, was auch immer man eben braucht, das hören wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Bei mir ist Pascal Löchner, die meisten von euch kennen ihn schon, er ist Head of Sales und Geschäftsführer hier bei iMobile. Hallo Pascal, schön, dass du da bist. Hallo. Wie immer an der Stelle kurz der Hinweis, auch die Folge gibt es wieder als Video bei YouTube zu sehen, also schaut da gerne auch mal vorbei, falls ihr das gerade als Podcast hört. Pascal, du kennst es ja schon, du darfst dich jetzt auch mal wieder vorstellen. Ich denke mal, alle kennen dich eigentlich in der Zwischenzeit, aber vielleicht gibt es ja heute mal wieder was Neues über dich zu erzählen. Ja, oder auch die, die Folgen ja zum ersten Mal hören und die letzten Folgen, also von hinten anfangen mit hören. Ja, oder so rum, genau. Aber es haben natürlich alle, alle Folgen gehört, davon gehen wir ja aus, das ist klar. Nee, stell dir mal vor, wer bist du, was tust du bei uns? Ich bin Pascal Löchner, mein Name, bin Vertriebsleiter und Geschäftsführer bei iMobile seit 14 Jahren dabei, ja, von dem her beschäftigen mich seit 14 Jahren mit Software, Prozessen, Line, Lage, Logistik, Produktion, Außendienst, ja. Allem drum und dran, was wir hier so machen. Allem drum und dran. Sehr cool. Klingt auf jeden Fall spannend, da werden wir jetzt auf jeden Fall gleich ein bisschen mehr von deiner Expertise abgreifen. Bin ich aufgeregt. Wie solche Prozesse aussehen können. Wie gesagt, Thema heute eher diese auftragsspezifische Vorkommissionierung, dieser ganze Prozess dahinter und am Ende vielleicht natürlich auch die spannende Frage, wie können Technologien dieses ganze Thema beeinflussen oder optimieren vielleicht auch bis zu einem gewissen Punkt oder unterstützen. Du weißt aber ja, wie es läuft. Bevor wir ins Thema tiefer einsteigen, wollen wir noch ein bisschen was über dich erfahren als Mensch. Für dich habe ich mir heute überlegt, nenn uns doch bitte mal eine Sache, die dich beruflich so richtig begeistert und eine Sache, die dich privat, oder für die du privat so richtig brennst. Die mich beruflich so richtig begeistert. Da gibt es so viele, aber was begeistert mich? Ich glaube, so richtige Begeisterung habe ich, wenn es gelingt, mittels Technologie, also es muss noch nicht mal Software sein, sondern man hat so einen Ursprungszustand und da hat man sich ein Ziel vorgenommen. Und es gelingt dann, dieses Ziel mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, Werkzeugen, Budgets dann tatsächlich auch zu erreichen. Wenn man dann so quasi vor diesem vollendeten Werk nachherstelle sagt, so habe ich es mir vorgestellt oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser jetzt geworden. Das macht das, finde ich, motivierend. Privat ist es relativ simpel. Wenn man den ganzen Tag auf so einem blöden Berg hochgelaufen ist und dann ganz oben steht und dieses Gefühl dieser unbegrenzten Freiheit, das ist Wahnsinn. Macht mich sehr glücklich. Sehr gut. Vielen Dank für den Einblick. Ich habe mir so eine ganz hochtrabende, spannende Einstiegsfrage überlegt und habe mich jetzt umentschieden nach unserem kurzen Vorgespräch vorhin, also fange ich so an, wie du es mir vorgeschlagen hast, was zum Geier ist auftragsspezifische Vorkommissionierung und wer braucht sowas? Ja, genau. Fangen wir vielleicht an. Wer braucht sowas? Weil tatsächlich braucht es nicht jeder. Ich sage mal so, in der Diskussion sind alle Handelsunternehmen schon mal so, ja nicht alle, aber die meisten Handelsunternehmen so klassischerweise schon mal raus. Trotzdem gerne dranbleiben. Genau. Auch Handelsunternehmen haben ja durchaus auftragsspezifische Ware, da ist das Thema aber nicht ganz so präsent oder brisant wie bei, wo kommt es denn jetzt am häufigsten vor, Maschinenanlagenbau ganz klar. Und dazu muss man vielleicht ein bisschen tiefer in den Prozess einsteigen. Was zeichnet jetzt oder was unterscheidet den Maschinenanlagenbauer von so einem klassischen Handelsunternehmen? Der Maschinenanlagenbauer baut Maschinenanlagen meistens für kundenspezifische Aufträge. Also da ist es nicht so, dass der große Maschinenanlagenaufhalde produziert. Es gibt ein paar wenige, die auch das tun, aber meistens sind die Dinger schon verkauft. Also jeder Airbus, wenn man so ein ganz großes Beispiel möchte, der zusammengeschraubt wurde, der wurde schon verkauft. Also da gibt es schon einen Kunde dafür. Den hat jemand bestellt. Und das Gleiche ist im Anlagenmaschinenbau immer das Gleiche. Also diese Anlagen kosten ja meistens so halbe Millionen aufwärts bis hin zu eben höheren dreistelligen Millionenbeträgen. Und diese Anlagen sind alle schon verkauft. Das heißt, man hat ein länger laufendes Projekt, das aus sehr vielen einzelnen Teilen besteht. Also so eine Anlage hat halt nicht nur drei Teile, sondern vielleicht 3.000 oder 30.000 oder 300.000 Teile, angefangen von der kleinsten Unterlegscheibe bis hin zu großen, teuren Baugruppen, Motoren, Steuerung, lineare Antriebstechnik, große Fräs- und Drehteile. Und die müssen jetzt bestellt werden. Und zwar im passenden Fortschrittstakt, wo man diese Anlage jetzt auch bauen möchte. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, so eine Anlage, bekommt er meistens irgendwann mal außenrum so ein Gehäuse, dann werde ich das nicht ab Tag 1 ans Lager legen wollen. Heißt, eine wichtige Funktion ist hier die Disposition. Also wenn ich so einen Fertigungsauftrag dann mal geplant habe, freigegeben habe, dann gibt es jetzt, sage ich mal, so verschiedene Baustufen, Baugruppen. Und die bestelle ich dann bei meinen Lieferanten. Also entweder baue ich sie selber, also produziere sie selber oder mit meiner eigenen Fertigung. Oder viele Anlagenmaschinenbauer fertigen heute ja gar nicht mehr selber oder haben gar keine so hohe Fertigungstiefe mehr, sondern haben den ganzen Teil outgesourced. Umso wichtiger ist es jetzt, im richtigen Takt das Material extern irgendwo in der Welt zu bestellen bei den Lieferanten, die man dann hat. Die mir also quasi alles liefern, was ich zum Bau meiner Maschine brauche. Genau. Und jetzt immer noch, was hat das jetzt alles mit der Vorkommissionierung zu tun? Weil jetzt geht die Misere los, weil irgendwann tauchen dann halt für dieses spezifische Projekt, das ich jetzt, oder für diese Maschineanlage, für den Auftrag, den ich jetzt bauen möchte, tauchen halt irgendwann mal Ladetor die ganzen Speditions- und Lieferdienste dann auf und bringen mir dann das Material. Und jetzt kommt es zu einer ganz bestimmten logistischen Herausforderung. Fangen wir mal mit dem an, was man nicht machen möchte. Möchte ich das ganze Material einfach schon mal in den Fertigungs- oder Montagebereich stellen? Nee, schwierig, weil da ist meistens gar nicht der Platz dafür da, obwohl es da eigentlich ja hingehört. Vor allem nicht, wenn man alles auf einmal bestellt hätte, dann würde das die Kapazitäten sprengen. So, also was machen dann die meisten? Es gibt irgendwo einen Lagerbereich logischerweise, kommt ja im Wareneingang meistens an und dann muss ich es einlagern. Genau, ich muss dem Ding ja irgendwo mal eine Heimat geben, bis der Werkstatt- oder Hallmeister sagt, so jetzt haben wir Baugruppe 1, das ist fertig, Baugruppe 2 oder Stufe 2 oder Arbeitsgang 2, 3, 4 ist jetzt dran. Jetzt hätte ich gerne mal mein Material. Und das können sehr viele Materialien sein. Und jetzt ist ja die große Frage, muss ich das ganze Material erstmal alles in ein Hauptlager reinschieben, um es dann nachher möglichst aufwendig wieder zusammen zu kommissionieren? Und ab dem Zeitpunkt greift eigentlich so eine auftragsspezifische Vorkommissionierung, wobei die kann man in zwei Ecken machen. Das eine ist dann tatsächlich eine klassische Vorkommissionierung, heißt ich muss eine größere Baugruppe vorkommissionieren. Das ist dann einfach über eine Freigabe von einem Fertigungsauftrag habe ich jetzt dann 500 oder 1000 Teile. Die kommissioniere ich dann einfach vor, brauche da vielleicht einfach auch ein bisschen mehr Vorlaufzeit, weil so viele Teile brauchen halt eine Weile, bis ich die aus dem Lager raus habe. Und die stelle ich dann an einem speziellen Platz bereit. Es kommen dann auch irgendwelche Wägen drauf, Paletten, Ladungsträger oder so und die stelle ich dann bereit. Und der zweite Teil, und das ist jetzt eigentlich der eher, ich möchte nicht sagen innovativere Teil, weil innovativ ist es an sich nicht, weil das macht der Maschinenanlagenbau schon lang, aber hat prozessual ein paar Herausforderungen. Ich greife das Zeug im Wareneingang schon ab. Das heißt, ich möchte es gar nicht mehr ins Lager reinschieben, weil Einlagerarbeit kostet, Auslagerarbeit kostet ja wieder. Ich nehme es einfach im Wareneingang schon weg. Das heißt, ich muss aber bei der Bestellung schon sehen können, was für Material ist es, von welchem Lieferant, für welches Projekt ist es gedacht. Vielleicht bestelle ich auch mal. Bei einem für mehrere Projekte, oder? Genau, ich bestelle 1.000 Teile für drei Projekte, die ich halt gerade parallel am Laufen habe. Und jetzt muss ich die im Wareneingang schon auseinander sortieren. Sag halt, naja, von den 1.000 Teilen gehen 300 Projekt 1, 300 Projekt 2, 300 Projekt 3, 100 lege ich mir dann doch noch aufs Lager, weil ich brauche vielleicht immer so ein bisschen Ersatzmaterial. So, habe jetzt aber die Möglichkeit, diesen Wareneingang schon zu separieren. Das machen Stand heute auch schon viele. Aber eher so ein bisschen mit der Hand am Arm. Das heißt, irgendwo gibt es eine Palette, einen Wagen. Da weiß dann wieder einer, dass es da steht, aber alle anderen nicht. Genau, das weiß dann einer, vielleicht noch zwei. Man hat gar nicht so genau den Erfüllungsstand. Und man schreibt dann, was ich schon so oft gesehen habe, die nach vier Zettel, Edding, Paketklebeband. Gute Kombi. Gute Kombi, genau. Dreieinigkeit im Wareneingang. Genau, das wird dann einfach in den Regalplatz mit hingepappt. Aber wehe, jetzt brauchen wir Platz oder muss was umlagern oder es kommt noch was dazu oder ich möchte einen genauen Stand wissen, wie viel von dem Material dieser Baugruppe habe ich denn jetzt da. Da wird es dann tatsächlich schon ein bisschen schwierig. Aber soweit erstmal die Story. Für wen, also die Ursprungsfrage war ja, für wen ist es denn? Und ich sage mal, genau für die Unternehmen, die sowas tun. Jetzt komme ich vielleicht doch nochmal auf die Handelsunternehmen zurück. Und zwar, wenn ich jetzt tatsächlich ein reines Handelsunternehmen bin und größere Kundenbestellungen habe und auch das Material erst wieder extern bestellen muss, weil ich es vielleicht gar nicht am Lager habe oder ich warte noch auf Ware. Weil auch hier könnte man durchaus mit so einem Prozess dann nachher arbeiten, dass ich, da sprechen wir dann eher von, sag ich mal, Fehlteilen, die ich dann für so einen Auftrag dann nochmal separat und dann hat man so eine Art Bypass, wo ich dann sage, das schiebe ich gar nicht mehr durchs Lager durch, sondern ich nehme es direkt vom Wareneingang und schiebe es direkt an den Kundenauftrag und dann direkt den Versand durch. Ist denn jetzt Wareneingang die einzige Quelle für so ein Vorkommissionierlager, sag ich mal? Oder gibt es vielleicht auch, also ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht für eine Maschine ein bestimmtes Teil selber fertigt und das dann aber erstmal auf Halde legt. Wäre das dann auch sowas, was da dazugehören würde? Kommt, also der Wareneingang ist dann natürlich, also das ist die eine Hälfte und wie wir gerade schon andiskutiert haben, ist die eigene Produktion natürlich die zweite Quelle und aus der Produktion raus soll, das ist immer die Frage, wie man einen Prozess gestaltet läuft zum Wareneingang zusammen, läuft es in der Logistik in einem speziellen Bereich zusammen, aber da kommt das Zeug dann nachher an und auch da muss es dann am besten ja wieder hinsortiert werden, das heißt, ich habe einen Lagerplatz, einen Sammellagerplatz, wenn man so möchte, für dieses ganze Vorkommissionsmaterial oder einen Bereitstellungslagerplatz für dieses auftragsspezifische Material, der bedient wird aus Wareneingang und gleichzeitig aus der Produktion. Und das sind, sag ich mal, so die zwei geläufigsten Quellen, es gibt vielleicht noch so ein paar kleine Randprozesse. Okay, aber das heißt, es geht nachher ganz, ganz viel darum, wie meine Prozesse im Unternehmen überhaupt organisiert sind, um zu klären, wie ich so einen Prozess nachher sinnhaft gestalten kann, habe ich das richtig verstanden? Genau, und das ist dann nachher logischerweise auch möglichst effizient, vielleicht auch ein bisschen effizienter als Packband und Edding und DIN-A4-Zettel. Wenn wir schon bei Packband, Edding und DIN-A4-Zettel sind, was sind so die, ich sag mal, die Stolpersteine oder die Stellen, wo das schief geht gerade im Moment? Also gehen wir mal von einem Prozess aus, wie du sagst, so eher so mit der Hand am Arm gerade, so wie Unternehmen das jetzt vielleicht gerade machen, die noch nicht digitalisiert haben oder da jetzt noch nicht super weit sind. Wo sind da so die Stolpersteine, wo sind die Schwierigkeiten in diesem Prozess, dieses auftragsspezifischen Kommissionierens? Ich glaube, im Prozess an sich ist es gar nicht so dramatisch, weil der Prozess eigentlich simpel ist. Es ist eher die Herausforderung in der organisatorischen Umsetzung, weil, sag ich mal, ohne jetzt schon zu viel über Technologie oder Digitalisierung sprechen zu wollen, es ist unheimlich aufwendig, dann im Wareneingang die Bestellung zu nehmen, muss ich das mal reinschauen, ja, was ist es denn und ja, wo sind denn die Plätze? Die meisten Systeme können diese Metrik einfach nicht unterstützen, deswegen kommen dieser blöde Zettel und das Packband und der Edding nachher zum Einsatz. Was meinst du, ERP-Systeme zum Beispiel oder Warenwirtschaftssysteme? ERP-Systeme, Lagerverwaltungssysteme, Warenwirtschaftssysteme, genau, die müssen das ja nachher irgendwie managen können, weil dort die Bestände und die Lagerplätze drin sind. Und diesen Prozess können viele von Haus aus eben nicht unterstützen und dann ist halt die Frage, dann bleibt oftmals eben nur manuell übrig und manuell bringt dann halt wie immer Schwierigkeiten mit sich. Transparenz, ich weiß nicht so genau, was da jetzt liegt, hat schon jemand was weggenommen, was ist denn jetzt der Lagerplatz, wo es denn tatsächlich liegt? Und die eigentliche Herausforderung sehe ich dann durchaus eher da drin, überhaupt sich mal für so einen Prozess zu entscheiden, dann die Strukturen zu schaffen und dann Lösungen zu finden, die eben nicht Packband heißen und DIN A4-Zettel und Edding, sondern sowas auch möglichst systemisch zu unterstützen. Macht natürlich dann Sinn, wenn ich erst entsprechendes Volumen habe, also für, sag ich mal, zwei Maschinenbauprojekte im Jahr brauche ich das nicht machen. Das kriege ich dann tatsächlich manuell und mit dem Packzettel effizienter hin. Aber wenn ich jetzt mal an alle größeren Maschinen und Anlagen baue oder an alle denkt, die in größerem Stil dieses auftragsspezifische Material haben, also die haben halt, sag ich mal, 20, 30, 40 Projekte aufwärts in ihrer Montage oder Fertigung drin, da macht das dann durchaus Sinn. Da wird es dann spannend. Und da lohnt es sich dann jetzt quasi auch, in diese Prozesse mal tiefer reinzugucken. Wo fange ich da an? Was ist da interessant für mich, wenn ich jetzt mir vornehme, langfristig so einen Prozess zu digitalisieren oder mich damit zu beschäftigen? Wo packe ich an? Was muss ich mir anschauen? Ja, da gibt es jetzt, sag ich mal, so die, eigentlich verrate ich dann ja jetzt alles, was wir bei uns aus der Beratung bekommen können. Das ist halt das für die Leute, die unseren Podcast hören, die haben halt auch einen Vorteil. Die haben einen Vorteil, gell? Okay, gut. Was muss man sich anschauen? Also zum einen klaren Wareneingangsbereich muss man sich anschauen, wie kriege ich den Prozess so optimiert, dass ich, wenn ich physisch vor dem Material stehe, ohne weitere Rücksprache, mit irgendeinem Disponenten, schon direkt das Material so auseinanderklamüsern kann, dass es nachher dahin gehört. Das heißt, da muss man sich einmal die Software anschauen, mit der man das tut. Also das kann im ERP-System sein, das kann in der mobilen Lösung nachher sein, mal völlig wurscht, von wem diese Applikation kommt. Aber da muss ich mir das natürlich schon anschauen, wenn da ein Hinweis kommt von den tausend bestellten Teilen, bitte 300 dahin, 300 dahin, 300 dahin und die 100 bitte ins Hauptlager. So, da fängt es im Prozess schon an, muss ich es auseinanderkriegen. Das ist aber eher die Frage, wofür? Und jetzt kommt der zweite Schritt. Ich muss mir nochmal anschauen, wo ist denn dieses dahin? Also wo sind denn die Lagerplätze? Sind es Lagerplätze, die die Bestände schon noch im ERP führt oder in der Lagerverwaltung führt? Ich kenne viele Maschinenbauer, die machen einen Trick, damit sie diese ganze Verwaltungsmisere nicht machen müssen. Die buchen schon direkt mit dem Wareneingang das Material auf den Fertigungsauftrag drauf. Buchungstechnisch super simpel, also macht das Leben super angenehm, aber ich habe halt die Bestände dann nachher nicht mehr im System. Das ist aus rein kaufmanagerer Sicht nicht so schlimm, weil ich habe ja Auftrag spezifisch bestellt, buche es direkt auf den Auftrag durch für die kaufmanagerer Abteilung. Aber wo ist jetzt alles? Aber wo ist jetzt alles physisch? Da wird es dann spannend. Da wird es dann spannend, weil das hilft mir dann nachher nichts mehr und der Lagermitarbeiter sagt halt, super, das Material kann ich nicht mehr auf den ERP-Lagerplatz legen, weil ab da ist es ja wieder bestandsgeführt. Ich habe es ja vorher schon weggebucht. Das heißt, da muss ich mir dieses dahin überlegen, mache ich das nochmal in einer separaten Datenbank oder finde ich dann doch einen Gesamtprozess, auch in Abstimmung im Kaufmännischen, wo ich sage, okay, da ist die Bestellung. Ich buche das zu mir ins Lager und buche das jetzt auf spezielle Lager, die dann nur für dieses Projekt gedacht sind, weil auch eine Lagerprojektzuordnung kann nicht jedes ERP-System. Da muss man sich dann auch ein bisschen was überlegen. Da hätten wir was im Angebot, ohne da jetzt so viel drüber sprechen zu wollen. Und das ist so die zweite physische Sache. Und dann ist natürlich noch diese Stift- und Zettelthematik. Die will ich natürlich auch irgendwie wegkriegen oder beziehungsweise warum will ich die wegbekommen? Immer wieder das Gleiche. Also Schreibfehler, es veraltet unheimlich schnell die Information und eine Projektnummer gibt mir halt nach wie vor, also eine Projektnummer, die ich von Hand an so einen Lagerplatz hinschreibe, die gibt mir halt immer noch nicht die Transparenz. Die sagt mir erstmal nichts, ja. Die sagt mir nur die Projektnummer, aber wie viel da drauf ist, was noch fehlt, was im Rückstand ist, was die Rückstandstermine sind, bei welchem Lieferant, das weiß ich dann nachher immer noch nicht. Zu welchen Auftrag eigentlich. Und das kriege ich nur raus, indem ich wieder zu einem Terminal laufe oder zur Disposition laufe, das ERP-System aufmache, dort reinschaue. Und da kann man dann jetzt natürlich über verschiedene Technologien die Transparenz direkt am Lagerplatz, vielleicht auch ohne Handscanner, gewährleisten, sodass man dann einfach hingucken kann, alles klar, kann ich schon mal mitnehmen? Nee, lasse ich noch. Okay, das heißt für dieses ganze Thema würdest du im Wareneingang anfangen mit diesem Prozess, den erstmal genau einzugucken, zu studieren, wie funktioniert das, was läuft gut, was läuft nicht gut, welche Informationen haben wir schon, welche brauchen wir noch? Vor dem Wareneingang, also der Wareneingang ist nur der, da wo es im physischen Prozess anfängt, vorher muss man der Auftragsdisposition gesprochen werden, weil die entscheidet dann nachher, wann welches Material in welchen Stufen dann auch für eine Fertigung bereitgestellt wird. Das heißt, da muss man eigentlich schon mal so ein bisschen anfangen mit diskutieren über das Lösungs-, also das ist schon ziemlich weit hinten, das hat mit dem Lager noch nicht so viel zu tun, aber das hat nachher Auswirkungen. Und normalerweise läuft es immer so ab, dass derjenige im Lager sagt, komm, ich möchte jetzt irgendwie den Prozess verbessern. Und dann muss man halt da hinten schon mal anfangen über die Diskussion im Wareneingang, Einkauf, wo nochmal ein Eingang am meisten liegt und dann kann ich anfangen physisch zu diskutieren, ja, was mache ich denn damit? Okay, aber lass uns mal ein bisschen auf die physischen Prozesse vielleicht heute fokussieren, ich glaube, sonst wird es ein bisschen zu lang. Ja, das haben wir aber schon das meiste, also arg viel mehr gibt es jetzt, glaube ich, auch nicht, ne. Ja, zumindest nicht zum Prozess an sich. Ich glaube, warum ja viele auch unseren Podcast gerne hören ist, weil wir eben über Digitalisierung, Industrie 4.0 sprechen und auch über Technologien, die eben solche Prozesse nachher unterstützen können. Du hast jetzt schon gesagt, ja, da braucht man dann vielleicht irgendein System, das das dann kann oder das ERP-System kann das vielleicht oder auch nicht. Es gibt ja noch mehr Technologien, mit denen man das so unterstützen kann. Vielleicht können wir darüber mal ein bisschen sprechen. Also einmal Software-seitig, was brauche ich dafür, dass sowas sauber abgebildet werden kann und dann auch noch vielleicht, was gibt es sonst noch für Technologien? Papier ersetzt man ja auch gerne mit E-Labeln zum Beispiel, also so elektronische Etiketten, die es ja auch in verschiedenen Varianten gibt. Können wir darüber vielleicht mal noch ein bisschen quatschen? Welche Technologien unterstützen quasi so ein Vorkommens in Ihres Prozesses? Also es gibt ganz viele Technologien, die das unterstützen können. Nicht alle kann man Mix- und Sammelsurium zusammenschmeißen. Du darfst dir mal ein Beispiel übernehmen. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie die Prozesse sind. Ich fange jetzt mal mit einem ganz obskuren Beispiel an. Ich habe zum Beispiel eine eigene Fertigung und habe Fremdbearbeitung. Heißt, ich mache ein Blechgehäuse, das muss noch lackiert werden. Lackieren mache ich irgendwo außer Haus. Das geht dann raus und kommt dann wieder rein. Und mit dem Lackierer mache ich zum Beispiel ziemlich viel. Jetzt könnte ich hergehen und auch hier so eine Art RFID-Warengangsszenario nehmen. Heißt, es gibt dann einen Ladungsträger, da habe ich einen RFID-Tag hin. Bucht es dann rein und kann dann auch direkt vielleicht über den Reader an diesen Lagerplätzen dann das Zeug einfach zubuchen. Das ist jetzt ein bisschen ein eher noch ungewöhnliches Beispiel, aber auch das könnte funktionieren. Für diesen Regelprozess, den wir jetzt relativ lang beschrieben haben, würde ich der Einfachheit halber sagen, sage ich mal, am preiseffizientesten geht es mit mobilen Lösungen. Also ich bin halt am Ort des Geschehens, kann ein Mobil dann nachher verbuchen, das ist jetzt kein… Mit einem Scanner oder Handscanner. Mit einem Handscanner, genau. Das ist jetzt keine, sage ich mal, ausgeburte Neuheit, aber etabliertes Szenario, Preis-Leistungs-Verhältnis relativ stark. Guter Einstieg vielleicht auch. Funktioniert ganz gut, genau. Für die Auszeichnung der Lagerplätze, also um diesem Zettel-Stift-Thema herzuwerden, also kann man natürlich Etiketten drucken im Wareneingangsbereich und dann sage ich mal so Wägen und Lagerplätze dann mit Etiketten ausstatten. Das hilft dann auch schon mal, dann habe ich zumindest mal das Handgekritzel weg, muss aber immer noch die Nummer 1 scannen, um dann an der Applikation wieder vielleicht einen Status zu sehen und wenn ich jetzt, sage ich mal, an die Kollegen in der Montage denke, die ja nicht der originärten Logistik zugeordnet sind und somit auch meistens keine mobilen Geräte haben oder einen Handscanner dabei haben, ist es halt immer ein bisschen schwierig. Heißt, ich könnte dort jetzt ein digitales Display anbringen. Jetzt sind, sage ich mal, normale Tablets halt immer sehr batterieanfällig, das heißt, ich müsste dann alle zwei Tage irgendwie die Batterie aufladen. Das macht dann wieder keiner. Dafür gibt es dann sogenannte E-Ink-Displays, wir nennen sie E-Labels und die gibt es dann in verschiedenen Größen von klitzeklein Briefmarkengröße bis hin zu die A4-Größe und mit denen kann ich dann natürlich deutlich besser arbeiten, weil die mache ich zum Beispiel permanent an die Wägen hin, an die Vorkommissionenwägen oder permanent an die Lagerplätze hin. Dann muss ich halt einmal dann im Prozess dann mit verheiraten. Also ich muss dem Lagerplatz, dem E-Label dann natürlich sagen, für was ist denn der Zeiteinheit zuständig. Du gehörst diesem Lagerplatz. Genau, oder diesem Auftrag oder dem Projekt und kann dann die passende Information anzeigen und die Dinger haben halt den Vorteil, dass sie von der Batterielaufzeit her extrem lang sind, das heißt, die halten halt drei bis fünf Jahre und kann dann die Batterie dann wechseln und sie aktualisieren in Echtzeit. Und was ich gelernt habe ist, sie verbrauchen nur Energie, wenn sie aktualisiert werden. Korrekt. Das ist der Portal von dieser EEG-Technologie. Genau, deswegen halten die immer so lang, weil der Energieverbrauch halt dann extrem niedrig ist. Okay, und was wäre jetzt eine sinnvolle Anzeige für so ein Label? Also was würde da drauf kommen? ProjektID wäre schon mal ganz gut. Dann vielleicht, der wievielte von wieviel Plätzen ist denn das? Also besteht für dieses Projekt, gibt es dort noch andere Plätze? Ah, also wenn ich quasi für dieses Projekt mehr Platz benötige als nur einfach. Paket 1 von 5, Paket 2 von 5, man kennt das so ein bisschen aus dem Versandbereich, wenn man ein größeres Möbelstück oder so bestellt hat. Die Information könnte noch spannend sein. Dann Zieldatum, deswegen die Diskussion mit der Auftragsvorbereitung. Ja, was ist denn jetzt das Zieldatum? Gibt es das schon vordefiniert? Wo finde ich es in welchem ERP-System oder in welchem System? Zieldatum heißt in dem Fall Zieldatum des Gesamtauftrags oder Zieldatum dessen, bis wann das dann zum Beispiel zum nächsten Fertigungsschritt gebracht wird? Beides könnte wichtig sein. Es sind zwei unterschiedliche Daten, also ein Bereitstellungsdatum für die Montage ist wahrscheinlich operativ das viel geschicktere. Entfertigungs- oder Auslieferungstermin vom Kunde ist aber auch nicht uninteressant, weil ich möchte ja wissen, hey, wo brennt es denn? Wo sind wir denn auf der Timeline? Wo sind wir denn auf der Timeline? Könnte hilfreich sein. Dann vielleicht die rückständigen Artikel oder die rückständigen Artikel mit der längsten Lieferzeit, insofern das zum Beispiel gepflegt wird. Also wenn der Lieferant, also man hat ja was bestellt, der Lieferant gibt ein Lieferdatum zurück. Wenn das eingetragen wird ins ERP, können wir das dann mit anzeigen. Da weiß ich zumindest schon mal alles klar, die letzten fünf Artikel, hey, die kommen erst in zwei Monaten. Sowas zum Beispiel. Okay. Oder prozentualer Erfüllungsgrad, also habe ich schon 95 Prozent aller Teile beieinander und dann könnte ich auch schon mal vorabziehen. Dann kann ich sagen, komm, ich nehme das schon mal mit. Dann muss der andere halt in der Logistik einen neuen Lagerplatz dafür oder einen neuen Trolley oder was auch immer dafür eröffnen. Aber mit 95 Prozent kann ich schon mal anfangen mit arbeiten. Okay. Das heißt, wir brauchen quasi eine Software, die diese Prozesse ein Stück weit abbilden kann. Wir brauchen, wir könnten zum Beispiel oder wir sollten sowas, sag mal Mindestanforderungen, sowas wie mobile Geräte, Scanner, irgendwas haben, mit denen man dann arbeiten kann und sowas wie ein E-Label einfach als Unterstützung, um den Prozess quasi übersichtlicher zu gestalten. Digitaler zu machen und die Echtzeit, die, 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 eigentlich geht es nur um die Bestandstransparenz am Ort dieser Palette oder am Ort des Geschehens, genau richtig. Und dieser Zettel mit der Projektnummer ist zwar schon ganz gut, dann weiß ich zumindest mal zu welchem Projekt, aber alle anderen Informationen, die ich mir sonst immer mühsam beschaffen muss, kann ich da dann gleich hinbringen. Ja, okay. Das heißt, es wäre dann, wie du sagtest, vorhin für die Leute wieder geschickt, die dann in der Produktion zum Beispiel arbeiten, die vielleicht nicht mit ihren Handgeräten rumlaufen oder so. Korrekt, genau. Okay, sehr cool. Das heißt, die richtigen Daten zur richtigen Zeit ist ein wichtiges Thema, Echtzeitinformationen auch. Was brauche ich da so als Grundlage dafür, dass das nachher funktioniert? Für Echtzeitinformationen. Ja, Informationen wären gut. Nee, aber ich sage mal, was gehört da dazu? Ich denke jetzt an sowas wie Datenpflege und so weiter, weil ich sage mal, es ist ja schön, wenn ich dann da ein System habe, aber das muss ja auch gepflegt sein wahrscheinlich, sonst funktioniert das nachher nicht. Ja, salopp gesagt, das ERP-System braucht halt die ganzen Fertigungsstammdaten, ohne die, also wenn die nicht da sind, geht es nicht. Okay, das heißt, das ist schon ein wichtiger Aspekt noch, den man… Korrekt, das heißt, man muss die Fertigungsaufträge so strukturiert haben, dass ich es in Baugruppen irgendwie abbilden kann, dass ich weiß, für was sammle ich denn nachher. Da muss man sich irgendwas überlegen, das muss auch nicht immer im Standard im ERP-System nachher funktionieren. Aber irgendwas muss man sich an der Stelle einverlassen, dass man eine Struktur hat, die ich nachher auch so physisch abbilden kann. Entweder innerhalb des ERPs oder es gibt Tools, wo man sowas dann halt auch außerhalb machen kann. Das heißt, für die Mitarbeitenden verändert sich konkret nachher ein bisschen die Arbeitsweise oder gibt es da noch andere Aspekte, wo du sagst, das ist für die vielleicht dann auch nochmal spannend? Ich sage mal, wenn man das so von oben runter entscheidet, ist das ja ganz schön, aber was passiert nachher für die Leute? Ich glaube, in der Arbeitsweise an sich ändert sich nicht allzu viel, außer, sage ich mal, wie halt in allen digitalisierten, also naja, vielleicht bin ich da auch nicht mehr sensibel genug. Aus der Warte des Prozesses raus an sich wird sich wahrscheinlich, also wenn man sowas schon, wenn man so ein Prozess, müssen wir aufpassen, wenn man so einen Prozess schon etabliert hat und den heute halt nur papierbehaftet macht, dann ändert sich wahrscheinlich nicht so viel, außer dass ich das halt mit anderen Werkzeugen tue. Da habe ich dann aber wie immer halt ein klassisches Change-Software-Irgendwas-Projekt, wo ich die Mitarbeiter mitnehmen muss, einbinden muss und so weiter. Wenn ich den Prozess noch gar nicht habe, dann ändert sich natürlich durchaus einiges. Das heißt, das wäre der Fall, wenn ich zum Beispiel im Moment alles einlagere in mein Hauptlager und dann immer auftragsspezifisch daraus kommissioniere, oder wie wäre das jetzt? Genau, oder vielleicht völlig unstrukturiert Häufchenbildung mache an verschiedenen Ecken. Vielleicht habe ich gar keine speziellen Vorkommissionären, Bereitstellungsleger, sondern ah, die untere Ebene im Hauptlager, die nehmen wir halt, die sammeln wir immer. Aber wenn es da mal zu voll wird, dann nehmen wir das, aber da drüben wir nicht mal, lagen wir es auch in der Produktion irgendwo und, oh, neben Tor war auch immer so ein freier Platz. Wenn man so, also wer sich jetzt mit so einem Szenario angesprochen fühlt, der hat dann ein bisschen eine größere Baustelle vor sich, weil da würde ich dann tatsächlich immer erstmal anraten, Strukturen, auch physisch, das hat mit Software nachher noch erstmal überhaupt nichts zu tun, sondern da sprechen wir erstmal von reiner Lage, Organisation und Prozessorganisation, definieren, alles klar, wie geht man denn mit diesem auftragsspezifischen Material um? Wo wollen wir es denn sammeln? Wollen wir Bereitstellungen? Veränderungsflächen schaffen? Wenn ja, wo sind die? An welcher Stelle? Und jetzt komme ich dann auch wieder zu den Tools und Werkzeugen. Ja, mit was unterstütze ich das dann? Okay. Da hat man ein bisschen mehr zu tun. Da hat man noch ein bisschen mehr zu tun, alles klar. Gibt es noch irgendwas zu dem Thema, wo du sagst, das wäre noch wichtig zu nennen oder was du vielleicht auch als Erfahrung gesammelt hast aus Projekten, in denen das schon Thema war? Irgendwelche Fragen, die dir da begegnet sind? Frage nicht. Ich habe immer Hochachtung vor denen. Also es gibt da wirklich extrem fitte Leute dann nachher, die so tief in der Materie in den Unternehmen dann drin sind, die diesen ganzen, wie sagt man, diese ganze Materialschunglage dann aus dem Kopf raus oder aus ihrer Erfahrung raus beherrschen. Das ist für mich immer tatsächlich sehr bemerkenswert, wenn ich das dann sehe, weil die meisten Unternehmen kriegen ja ihre Prozesse dann trotz aller Undefinition oder vielleicht fehlender Tools dann trotzdem irgendwie hin, aber halt nur mit entweder mehr Aufwand oder mit Leuten, die da extrem tief in der Materie drin sind, wenn ich immer faszinierde. Und das bringt halt auf der anderen Seite auch ein gewisses Risiko mit, wenn ich diese Leute dann verliere, aus welchen Gründen auch immer. Rente ist ein Riesenthema die nächsten zehn Jahre. Und das sind meistens halt Leute, die da schon seit zehn, fünfzehn, zwanzig Jahren dann in solchen Bereichen arbeiten. Alles mitgeprägt haben, ja. Alles mitgeprägt haben und wenn ich die dann verliere, dann wird es natürlich, habe ich, weil dann habe ich diesen Kopf, der an alles denkt, nicht mehr. Und da bleibt dann Stand heute, also das ist jetzt aber schon eher ein höheres Fluglevel und hat mit dem Prozess an sich nichts zu tun, da sage ich, da bleibt uns in Deutschland aktuell nichts anderes übrig, als im Bereich Automatisierung und Digitalisierung die Prozesse zu gestalten, dass das Know-how so gut wie möglich dann nachher systemisch unterstützt wird und ich dann auch mit anderen Personalumständen besser zurechtkomme. Also neues Personal, unqualifiziertes Personal, Leute, die weniger… Fehlendes Personal. Na, mit fehlendem Personal kann ich da leider noch nicht helfen. Reine Digitalisierung macht das fehlende Personal noch nicht ganz weg. Da spreche ich dann von, oh, das wäre jetzt der zweite Punkt oder vielleicht nochmal so ein Additional-Punkt. Die Frage, was fällt dir denn noch dazu ein, das ist so der, sagen wir mal, die Komponente Demografie und Personal, die mir immer wieder mal auffällt, wo viele Unternehmen extrem gut unterwegs sind, aber eben halt sehr personengebunden gut unterwegs sind, was an sich nichts Schlechtes ist, aber halt nur ein definiertes End-of-Life hat. Das heißt, vielleicht können wir nochmal über die, ich sage mal jetzt Vorteile oder die Empfehlungen vielleicht auch zu dem Thema nochmal sprechen. Du hast das jetzt in allen, also wir haben das jetzt so alles so mal ein bisschen beleuchtet, vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen zusammenfassen. Warum hältst du das für eine gute Idee? Warum würdest du das vielleicht auch Unternehmen empfehlen, die vielleicht da jetzt auch gerade noch sagen, so eigentlich funktioniert es ja irgendwie so, wie du gerade schon gesagt hast, warum ist es trotzdem vielleicht eine gute Idee, da jetzt ranzugehen? Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com slash Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ja, was sind die Motivationskunden? Warum ist es wichtig, das zu tun? Zum einen, sagen wir mal so, klare Fehlervermeidung. Es gibt nichts Schlimmeres für einen Maschinenanlagenbauer, der sein Zeug nicht zusammenbauen kann, weil ein Teil fehlt oder mehrere kleine Teile fehlen oder Verzögerung sind, weil ich es nicht finde. Oder dann die Rennerei und dann die Sucherei nachher losgehe. Das ist ein reiner Effizienzgedanke. Also wie bei allen Softwareprojekten sucht man jetzt nach der Amortisation. Und das ist so ein Eck der Amortisation, also reine Personal-Overhead-Kosten zu vermeiden im Sinne dieser Such- und Rückfragezeiten. Dann natürlich diese Stillstandszeiten in der Produktion zu vermeiden. Also ich möchte schon dafür, also das trägt einen Teil dazu bei, dass ich besser die Montage der Produktion dann beliefern kann. Das ist noch so eine Ecke, dann dieses Demografie-Thema. Also ich habe zwangsläufig in Deutschland in den nächsten Jahren mit anderen Leuten dann nachher in der Fertigung, Produktion und Lager zu tun. Und die dann Systeme das bestmöglich zu unterstützen und von der jüngeren Generation wird es halt auch vorausgesetzt. Ich kann die Pizza digital bestellen, aber hier muss ich alles auf dem Ballpapier draufschreiben. Das ist dann, sage ich mal, so dieser demografische Aspekt dann nachher noch mit dabei. Transparenz ist auf jeden Fall ein Thema, was wir gerade noch besprochen haben. Ja, wobei die Transparenz geht immer in diese Such- und Overhead-Zeiten da nachher eigentlich mit rein. Also immer wenn ich diese Intransparenz habe, geht Rennerei Rücksprache in Suchen los. Da landet es dann nachher klassischerweise in der Nutzenrechnung dann irgendwo drin, genau. Ja. Und also der eigentliche Kosten- oder Amortisationsblock ist dann halt nachher, wenn tatsächlich die Fertigung stehen bleibt. Also das ist immer so der Worst Case. Das hat natürlich viel mit der vorgelagenden Dispo zu tun. Ich spreche jetzt eher davon, wenn das halt Probleme innerhalb des Lagers dann nachher sind, weil jetzt muss ich suchen, deswegen zwei Stunden Verzögerung. Hey, zwei Stunden nicht montieren oder dann rutscht man schon am nächsten Tag und weiß der Kuckuck. So, da geht dann die ganze Misere los. Das wären, sag ich mal, so aus den Nutzenaspekten auf hohem Fluglevel so für mich die wichtigsten Punkte. Jetzt muss man natürlich, Nutzenrechnung gab es mal einen eigenen Podcast dafür. Ich kann sagen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Da dürfen wir uns dann in der Nutzenrechnung durchaus nochmal so ein bisschen tiefer absteigen, muss natürlich die Prozesse anschauen. Wenn man sowas für sich im Unternehmen dann, wie sagt man, rechtfertigen möchte oder eine ROI berechnen möchte. Okay. Jetzt haben wir vorhin schon mal kurz noch über das Thema Technologien ein bisschen gesprochen, die da so, sag ich mal, als Basic-Technologien zum Einsatz kommen könnten. Mich würde jetzt als Abschlussfrage noch so ein bisschen interessieren, wenn man so fünf bis zehn Jahre in die Zukunft schaut, was an Technologien kommt denn da vielleicht noch ums Eck, was auch für diesen Prozess, vorkommissionieren, auftragsspezifisch irgendwie einlagern und so weiter spannend sein könnte. Was kommt da noch so auf uns zu? Hast du da noch irgendwas mitgebracht? Ich habe was mitgebracht. Ich sagte ja bei unserem Eingangsgespräch über Beam gesprochen. Ja, schön wäre es tatsächlich. Leider ist das noch ein bisschen in Ferne, aber Beam würde unheimlich viel erleichtern. Das wäre sehr praktisch, ja. Das wäre Wahnsinn. Aber wir können sowas ähnliches wie Beamen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Genau, jetzt sind wir gespannt. Und zwar, also was für Technologien können noch zum Einsatz kommen? Zum einen halte ich relativ viel von der Ortungstechnologie, also man spricht von RTLS, Real-Time Locationing System. Haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Ja, und da könnte ich jetzt zum Beispiel auch diese Kommissionierwägen dann entsprechend noch mit einem Tag ausstatten und dann die ganze Buchungsarbeit, also zum einen das Suchen nochmal ein bisschen stärker vereinfachen und auch die Buchung vollautomatisieren, also abhängig von dem Geofens, wo ich halt irgendwo hinbringe, wenn ich noch manuell transportiere. Auch in der Bereitstellung, in der Montage oder Fertigung habe ich dann natürlich automatisch eine höhere Transparenz, weil ich sofort weiß, auf einer Karte digital, wo steht das Zeug? Also Beispiel, ich habe irgendwie mein vorkommissioniertes Paket auf einem Wagen und ich schiebe den Wagen in die Produktion und es wird automatisch im System verbucht. Das Ding ist jetzt an Montageplatz 1. Wird verbucht und auch visuell irgendwo angezeigt. Jetzt sage ich jetzt, wo liegt ein Teil und 815 eigentlich? Und weil ich es verbucht habe und dorthin gebracht habe, zeigt er mir auf der Karte und guck mal da hinten. Ohne dass jemand manuell mit dem Scanner, ich musste keine extra Plätze irgendwo schaffen, sondern kann das einfach visualisieren. Das ist so eine Technologie, von der ich persönlich extrem viel halte, die jetzt immer stärker im Kommen ist. Und das Zweite, wenn man dann tatsächlich nochmal in den Punkt reinschaut, der, wie haben wir es gerade genannt, also der eigentlichen Automatisierung, dann sind fahrerlose Transportsysteme sicherlich auch nochmal so einer der Trends, der sich weiter fortsetzen wird, weil ich nicht wertschöpfende arbeite und ein Transport ist per se nicht wertschöpfend, den dann automatisieren kann. Das setzt dann aber nochmal ein paar andere Dinge voraus. Heißt, ich muss mir Gedanken um meine Ladungsträgerstrukturen machen, was für Wägen nehme ich, dass die auch transportiert werden können, muss es dann nachher stark vor einheitlichen Gangbreite, Wege, Bodenbeschaffenheiten, das sind alles so Themen, die dann kommen. Aber dann kann ich natürlich auch über so einen Abruf, so einen Wagen vollautomatisierter nachher in die Fertigung schaffen. Entweder in nur kleinen KLTs oder in ganzen Kommissionenwägen. Das heißt, das betrifft dann quasi eher so diese Anschlussprozesse nachher quasi. Genau, die Anschluss. Wie kommt mein Zeug von meinem Lager dann oder von dem Zwischenlagerplatz dahin, wo es hin muss. Korrekt, genau. Und bei einem Maschinenanlagenbau habe ich in der Regel sehr viele Bereitstellungsprozesse, wo sich, wo viel aus dieser Vorkommissionierung, deswegen erwähne ich es ja extra, wo viel aus dieser Vorabbereitstellung dann kommt. Und wenn ich dann tatsächlich jetzt über diesen nochmal den demografischen Wandel nachdenke, jetzt möchte ich wirklich auch weniger Personal haben, dann geht es faktisch in den Bereich Automatisierung. Da haben AGVs oder fahrerlose Transportsysteme dann einen sehr, ja, die werden einen wichtigen Impact dann an der Stelle haben. Ja, das wäre so ein Schnellabriss über… Schnellabriss, genau. Wer es jetzt genauer wissen möchte, der darf sich natürlich gerne jederzeit auch mal bei uns melden. Ansonsten hoffen wir, euch hat die Folge gefallen. Wir haben gesprochen über auftragsspezifische Vorkommissionierungen bzw. Zwischenlagern von verschiedenen Materialien bzw. von Auftragsrohmaterialien, die man irgendwie zusammen kommissionieren muss, bevor man sie dann bereitstellen kann zur Fertigung, haben uns da verschiedene Dinge angeguckt und auch technologische Unterstützung für diese Prozesse angeschaut über Scanner, über E-Labels, also elektronische Etiketten oder wie auch immer man das alles so nennen kann. Ich dachte ja gerade, wo wir angefangen haben, Mensch und Kinder, ich weiß gar nicht, ob das so ein spannender Prozess ist, aber irgendwie so, desto länger man darüber spricht, desto mehr Elan kann man da reinlegen. Ich habe auch das Gefühl, wir könnten noch ein bisschen Zeit finden, die wir da reinstecken. Ja, es gibt noch 100 andere Prozesse. Also auch dieser Prozess hat ja durchaus seine Relevanz und es macht dann durchaus auch Spaß, sich über Optimierungen Gedanken zu machen. So sieht es nämlich aus, genau. Das heißt, wenn es euch gefallen hat oder ihr noch Fragen zu dem Thema habt, vielleicht auch, was man da sonst noch alles machen kann, dann meldet euch gerne, schreibt uns eine Nachricht, schreibt uns eine E-Mail oder lasst gerne einen Kommentar da. Ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben bei YouTube da oder eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Vielen Dank nochmal Pascal für deine Zeit, dass du hier warst, hat Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du möchtest Elmobile gerne live erleben? Dann melde dich unter elmobile.com slash Veranstaltung zu einem unserer zahlreichen Online-Events an und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dann bleibst du immer auf dem Laufenden rund um Digitalisierung und Industrie 4.0.